Warnung, das folgende Video beinhaltet Fußball. Er soll niemanden angreifen oder beleidigen. Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer der Fußball-Europameisterschaft 2024. Viele Jahre ist es nun her und man musste einige Fußballturniere erleben ohne diesen großartigen Mann. Hallo Mehmet. Ja, hallo du, ich kenn dich nicht. Ja Mehmet, erzähl doch mal, wie ist es dir die letzten Jahre so ergangen? Was ist eigentlich aus deiner eigenen Sendung geworden? Mhm. Naja, damit sollte doch deine eigene Sendung Mehmetz Flachpässe live gehen, oder nicht? Oh ja, meine Flachpässe. Weißt du, wir hatten da so einige Lizenzprobleme und wir konnten da nicht so weitermachen, wie wir eigentlich weitermachen wollten, weißt du? Ja, das nennt man wohl scheiße gelaufen oder wie die Kids von heute sagen. Brudi, gib besser, ich muss los. Sei doch nicht so ein Drecks-NPC und mach kein Auge, du Goofy. Ansonsten wird dich mein Riz auf Lock für immer slayen, Digga. Also ich glaube ja nicht, dass man das so sagt. Ach ja, übrigens, kennst du den Tun? Während des Spiels fliegt plötzlich eine Flasche aufs Spielfeld, schreit der Schiedsrichter. Was soll das? ruft einer der Zuschauer, damit sie nicht so alleine sind. Oder der hier fragt der Sohn, dein Vater. Was ist ein Schiedsrichter? antwortet der Vater. Das ist ein Spieler, der wegen seinen schlechten Augen nicht mehr spielen konnte. Du Basti, sag mal, ich hab da eine Frage. Angenommen, die Deutschen brauchen jetzt deine Hilfe, kann man dich einwechseln? Sag mal, du hast nen Vogel oder was? Ne, der ist weggeflogen. Einwechseln. Aufs Maul! Sag mal, hast du dich hier auch angemeldet? Ja, ich bin Toni Kroos. Ich bin drei. Hey, Toni, mach dir keine Sorgen, du brauchst keine Angst haben, es sind nur die Spanier, okay? Ich hab keine Angst, du solltest Angst haben. Fokussier dich nicht auf mich, sondern fokussier dich aufs Spiel. Und an die ist da la Bibliotheca? Ist der Kino? Ja und ho! Der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremsen. Der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremsen. Oh yeah, fuck, war das geil. Gott, bist du dreckig. Jo, komm her. Geh weg. Also, heute Abend steht noch, ihr kommt noch zu mir, oder? Ja, also nicht vergessen, okay? Guck mal, ich hab hier ne Münze und wenn ich will, kann ich die verschwinden lassen. Willst du sehen? Ja, sag mal. Egal, was passiert, er wollte es so. Jetzt ist sie weg aus meiner Hand. Wie wär's denn, du einfach mal nach da hinten bist? Ah, jetzt soll ich weggehen, ihr habt doch gesagt, er wollte es so, oder nicht? Es geht schon, ich habe immer gesagt, er ist so, oder? Was wollt ihr? Keine Ahnung, ich spreche kein Spanisch. Sprechen irgendwie fast alle hier. Ey! Ey! Hat mich festgehalten! Sei nicht so kacke! Hast du mal hinter uns gesehen? Nein, wir sitzen da. Hast du ihn echt nicht gesehen? Das ist Vyed Al Jankovic. Du. Ich? Was will ich denn jetzt von mir sehen? Ich glaube, du hast da was zwischen den Zähnen. Ich merke gar nichts. Ich bin hier, wartet mich! So, jetzt sehen wir mal zu, dass wir das Ding nach Hause holen. Also legt euch mal alle ins Zeug. Ich mag einen, Hörner. Ich weiß, hier oben in eurem Kopf, da ist nicht viel drin, ja? Aber wie wär's hiermit? Versucht einfach mal, 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 den Ball ins Gegnerische Schock zu bringen. Alles gut, Schnucki. Ich hab keine Lust auf den da. Na, dann komm. Da wären wir wieder. Ich wär noch gar nicht... Oh, du bist ja gar nicht... Nee, ich bin Dürmer Smiller. Ich wär selber gar nicht hier, was ich suche. Ich geh mal wieder. Du kennst den Trick zwar schon, aber ich werd ihn gleich nochmal... Den Trick, ich werd ihn gleich nochmal fortzeigen. Pass auf, willst du sehen, wie die Münze verschwindet? Ja. Und weg ist sie. Die Münze ist nicht mehr in meiner Hand. Und das ist auch schon der ganze Trick. Und jetzt verschwindet, okay? Idioten. Warum tut ihr euch so schwer? Das sind Deutsche. Die haben den ersten und den zweiten Weltkrieg verloren. Ja, aber jetzt sollten wir mal reinhauen. Ey, wenn du heute kein Tor mehr machst, ne? Dann verlierst du die Wette, das weißt du. Bunte Tüte. So, tut mal eure Aschen wieder aufs Feld bewegen. Raus aufs Feld. Na geil, wie's ausgeht. Ich liebe euch. So, ihr wisst immer, was der Löw gesagt hat. Immer zurück zu Neu, ne? Aber das ist Blödsinn. Immer schön drauf, eure auf die Scheiße, okay? Hey, Leute, DragonDub hier. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Ganzen doch einen Like da. Und wenn du schon dabei bist, gerne auch ein Abo. Du bist nur auf der Durchreise? Ach, setz dich doch. Schau dir doch meine Playlists an.